Hallo Leute, ich bin's hier, der Conan und wir machen jetzt ein Minecraft-Video über einfach ein ganz normales Minecraft. Diese Welt, da habe ich schon ein paar Items erfand, aber das ist egal. Hoffe ich mal. Ihr seid hier überall dabei, ich mache hier kein Kreativ oder so. So, einer bin ich nicht. Ja, paar Wollblöcke. Sollte eigentlich nicht schlimm sein, oder? Vielleicht war das dumm, weil ich habe keine... Ich bin kein Minecraft-Profi, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, wen mein Sattel craftet. Und so. Aber... Auf jeden Fall, ich nehme das auf mit meiner Handy-Kamera. Ich spiele das nicht auf dem Computer. Wenn im Hintergrund ihr was hört, das ist... Nur mein Fenster, was offen ist. Habe ich für die frische Luft. Oh, Entschuldigung, wenn ich jetzt still war. Ich muss mich hier konzentrieren. Das ist super. das ist... Das ist... Das ist... Ja Leute, ich bin ein bisschen still. Normal rede ich die ganze Zeit, deswegen habe ich auch mit Youtube angefangen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so geredet. Ich möchte ein Bieneschnitzel, ich möchte ein Bieneschnitzel von Schoß. Na super, beste Wolle ever. Soll ich jetzt laufen? Warten will ich nicht durchlassen. Leute, wir haben einen Volltreffer, ein Dorf. Und auf jeden Fall, ich spiele in der 1.14. Ich habe hier begonnen mit der 1.12. Jetzt und dann war ich 1.13 und dann bin ich jetzt 1.14. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen, wie man das und das machen kann. Und nein, schreibt nicht in die Kommentare. Ich kann aber leider nicht jeden Kommentar lesen, ich bin noch jung. Du gemeines Biest! So, da liege ich jetzt. Autsch! 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 Ja, cool, das kann ich noch mal bauen. So, ich habe schon wieder so ein richtiges Conan-Inventar, sieht schon wieder richtig schrecklich aus. Und den Ofen, das hätte ich mir auch noch machen können. So, ich habe hier ein Boot. So, ich habe hier ein Boot. Wir werfen die andere Rute raus. Lederstiefel. Leute, bei mir beißt... Entschuldigung Leute, ich habe auf Pause. Ja, ich bin dumm. Ja. Das ist blöd. Ich bin gerade wo runtergefallen. Da gab es nichts spannendes. Ich habe gerade geangelt. Eigentlich hat es ja nichts verpasst. Ich habe nur ein paar Sachen gelabert. Gar nichts spannendes. Vielleicht ist das. Vielleicht ist ihr die coolste Community auf der Welt seit. Leute, Leute, Leute. Ich muss jetzt in den Untergrund. Warte Leute, ich schneide kurz. Ich schneide halt die... Ich bleibe genau hier stehen. Ich muss nur was holen. Und dann drücke ich halt auf Stop. Stop die Aufnahme. Ummm. ... ... ...